Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Scartoon Online. Ich zöcke jetzt einfach mal ein bisschen zu kurz um, wieder mit einer Waffe. Und ich habe einfach mal diese auslösen. Ich hierbei Junus bin. Wenn Junus gibt, habe ich recht, ich bin jetzt noch abgeteilt. Und ich klebe das jetzt mal wenig. Ich habe jetzt extra diese Waffe in den Moment, weil die zwei Maps sind sehr viel von Watt abhängig. Und deswegen habe ich wirklich eine Bombe ausgelöstet. Weiter mit... Nichts zu... Gut, ich mache nicht. Ach, ich brauche wohl, ich gehe weg. Das heißt, ich bin jetzt ein Krieger. Nee, leider nicht. Gibt's doch nicht. Ich bin gleich zu blöd. Hey, warum ist da? Warum? Alter, Alter, Alter. Ich bin noch ein bisschen... Warte! Nein, das ist noch eine Übung. Ich habe wirklich zu... ...zu... ...zukehren. Egal, ich habe keine Rückkehren. Da kann ich ja... ...nach auf wirklich klauen. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe denen nicht. Das gibt's doch nicht. Das wäre wirklich entkommen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alter, weil ich schon gar kein Kill habe. Komm schon. Dann mal... Oh, der ist weg. Okay, ich denke, ich kenne es. Da oben ist einer! Ach, komm, das ist was, ich hab gedacht. Das muss einer so kommen. Wenn ich was Geekerspawn, wäre doch eine Slecht. Darum, einer oben, oder? Ich brauche natürlich Schutzschiff. Alter. Geht doch, endlich mal gewonnen hätte. Meine Güte. Voll, wo jetzt? Natürlich! Eine der 6. Stücke hinter dir. Arcana. Alter, das kann doch nicht sein. Squid Jump mal. Okay, oder? Ja. Bis hinten rein. Ja, als ob ich da nicht mit dem Fernblaster nicht verboten gehen kann. Okay. Die erste Runde ist der Salon. Ich muss ja wirklich wieder reinkommen in diesen Fernblaster. Ich ehrechig es einfach. Fernblaster ist eh. Muss noch weiter. Er ist eh, das hatte ich schon mal gemacht. Ein Glas der Entfernung. Ich hoffe, dass die andere jetzt rankommen. Ja, und Jonas probiert jetzt seine Sleiter aus. Nicht so lange es muss. Das ist doch bescheuert. Alter. Ich hätte vielleicht auch sekundär verbraucht. Vielleicht besser wetten können. Egal. Ich möchte dann einfach splitten. Aber das ist jetzt eine spontane Aufnahme auch. Es ist schon fucking... 23 Uhr. Bei mir schon. 23? 23? Das war ja nicht für die Uhr. Ich hätte mal ein Wurzelwerber. Ist kaputt. Hat einfach so den S. Ich glaube, wir gehen nach ungefähr... Drei Jahren. 23.7. So, los geht's. Nächster Kampf beginnt. Nächster Kampf beginnt. So, ich bin gespannt. Wie es jetzt wird. Erd ich mal diese Map. Ähm. Ja. Äh. Jetzt kann ich die Map. So. Und da ist natürlich Sleiter sehr perfekt dafür geeignet. Muss man aufpassen, dass ich schnell bin. Ich muss das wirklich nur als übergeben sehen. Ach Gott. Das war wirklich nicht so toll. Hey, ich bin auch was an Serben. Kann mal ruhig so weiter gehen. Alter, verfolgt mich nicht. Da ist die Stelle der Tintel aufgeladen und wieder schnell schießen. Feuerteffekte nützen. Und eine. Oh, tschüss. Nein! Ja, als ob ich um eine Reichweite war. Ich hab's doch wirklich vor, meine Güte. Und trotzdem war ich auch in der Reichweite. Und hab ich auch Pech. Ja, als ob ich gar nicht mehr ziehen kann, auch. Soll. Und der eine springt zur Rückenstrau. Danke, dass man nicht mehr zu dir springen kann. Ah. Du wirst die Fernblaste, wirklich. Ich hab doch gesagt, das heißt, dass meine Schleschblatt eigentlich ist. Hier sieht man sogar nicht misspielen. Komm, den Zucker schleichen. Nein. Boah. Wie der mich so richtig leider gemerkt hat. War nicht so toll. Ja, hilf mich doch aus, Jui. Meine Güte. Warte beim Schleunen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass der Sniper es noch gemerkt hat. Achso, das ist der Jonas bestimmt. Achso, das war der Jonas. Kommt zu Preisen jetzt. Eieiei. Als ob du mich gesehen hast. Wie viel Pech muss ich denn haben? Boah. Lüser. Alter. Geht doch. Nur noch der Sniper da oben. Komm schon, den hole ich mir jetzt. Alter, hab das wieder nicht mein Schleschblatt. Ich hab mehr erwartet, also bitte. Ich hab mehr erwartet. Also okay, ich hab mehr erwartet, für diese Waffe, die eigentlich mehr für andere Wurz geeignet ist. Turmkommando. Aber wie gesagt, ich möchte mit jeder Waffe einmal präsentieren und ich hab mir gedacht, komm, mal der Fernblatt ist jetzt eh. Weil die Maps sind ja für mich eigentlich ganz gut geeignet eigentlich. So, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. So. Und weiter geht's mit dem dritten Kampf. Tja, so schnell kann das mal gehen. Tja, ich hoffe nur, dass es weiter gut klappt. So, weiter geht's mit dem nächsten Kampf. Nr. 3. Nr. 3. Nr. 3. Angriffsbrustleifers sind eigentlich eins der schnudendsten Leifers. Ich hätte, ganz ehrlich, es könnte viel bessere Sets verwerfen können. Hauptverbrauch, Tittenregelation. Sekundärverbrauch. Komm da rein, nehmann. Ja, es kommt gleich einer. Komm so vor mich. Der springt. Ey, schaut mal, der springt ja die ganze Zeit. Oh Gott. Und dann beobachtet schon, wie die Spiele schon gewusst sind. So. Verdammt. Aufpassen. Ich hab den auch recht, als ich vorgestellt aktiviert hat. Natürlich. Und was macht mein Kamerad? Sind dann im Spawn dabei? Danke. Danke, dass sie so gut supporten. Not. Ein bisschen Bandkwerbung. Auf dem Weg. Gut. Ghostleaf mal weg. Hä? War da nicht jemand? Komm so, da war doch jemand oder nicht? Okay. Hinter dieser Weibstraße. Okay. Nein. Nein. Gut. Wollte mal erst weg, zumindest. Aber er konnte noch seinen Film-Turner abschießen. Komm schon. Ah, ich hab immer Angst, dass bei diesem Krieg da von der Seite kommt. Aber wenn's mein Kamerad sind, ist ja in Ordnung. Wie lasst du, Jonas? Das war ein Brawl-Head. Gut mal weg. Zumal hier ein Kilo. Ein Heuboyer. Das ist kein Kilo, aber wenigstens gut die Sanse-Head. Das ist ein Swish-Ysturt. Ehh, wir können fast den Schminkler Uh, das wird dann fein So, weiter, 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 wieder hoch Oh, da hat jemand Yo! Wenigstens, dass es gut geschwärts für Yui und mit dem Kamara-Penix nicht im Konter direkt Schön, passt auf Ehh, pass auf Nicht so schnell So, Ghostly verweckt Boah, das ist aber knackig Können wir uns spawnen, reich gehen? Alles gut, ich lasse Wow, wo kommt der denn her? Hier haben wir noch Yui mitgenommen Yo So Also, bitte, das war jetzt ein bisschen wunderbar Ach, ja Glaub' ich schon Und noch gestorben, yay Können wir vor allem schnell zurückkehren, macht das ja eh alles egal Egal, 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 egal Das ist hier, schön zufrieden Mit der Waffe, die man in Heubo hier hat Nicht weg zum Scherben, aber Distanz halten Wie gesagt, das ist keine Defective-Waffe, aber auch schön zufrieden, man Sofrieden mit der Qualität? Sofrieden mit der Waffe Man kann mit jeder Waffe abgehen, man muss nur wissen, wie es geht Du da, du da 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 Eigentlich du für 26 Moment mal kurz, ich muss grad was checken Ist das vielleicht Der Account, den ich jetzt grad denke Ich dachte schon, es wäre jetzt diese eine, die schon gut fettet, wenn man noch gecheckt ist. So, ich habe ein bisschen Platz geführt. Okay. So, Cam ist mal weg. Obwohl die Zettel nicht schlecht war. So. Aber ich will ja schnell! Boah. Wenigstens. Wo ist die Pfeilung? Ja. What? Der Slab hat mich so schnell im Nachhinein getroffen. Ich bin losgehe. Squid Jump. Oh, das ist nicht schlecht. Okay, er hat seinen Slab aufgefangen. Oh, komm, ich wollte dich beschützen, aber nein, du stehst genau auf meinen Schuss. Verdient, dass ich hier. Was? Als ob der Sniper überlebt hat. Wo ist der? Also der schon tot. Er war gesplattet. Alter, aber das war schon... eigen. Ja, ist ja super. Auf dem Weg. Oh Gott. Ich muss da wirklich wieder reinsteigen. Diese Waffe ist besser. Wow. Wow. Ah, das ist ein Slab hat. Ja, das ist ein Slab hat. Ja, das ist ein Slab hat. Unbedingt. Egal. Ich hab schnell Rückkehr. Das macht mir eh nicht viel aus. Und High Boyer. So, High Boyer. Wir sind. Und. Als ob der eine Budek die Nextbomb gehoffen hat. Oh Gott. Das ist doch wirklich nicht so gelaufen, was diese Roboter dann bietet. Geht doch mal wie dein Wollhild. Yo! Wo kommt der denn her? Oder sie? Wo der ist? Was? So. Jetzt wird mal weg. Nächste weg. Komm schon. Wo ist die andere? Okay, nächste. Auf weg. Gut so. Hey, das war ein grünes X. Äh, wieder das X. Oh Gott. Danke an diese Pop-Mage. Wie ist der? Wer ist der bitte schon noch? Das war in der Richtung gestorben. Ach ja. Huh. Das wäre jetzt ein bisschen verwirrend. Aber hey. Hat Spaß. Auch wenn ich zu Jonas im Akkus-U-Snapper ist. Äh. Aber für Schick-Karty. F550. Ist doch zufrieden. Wenn man meine Stats auch hat. Kann man auch ein bisschen nachvollziehen, dass ich nicht so viel einfärben kann. Ich fahre aus dem Opfer. Ich komme nicht so schnell zurück. Ich fahre aus dem Opfer. Ich fahre wie es geht. Der Express. Ich bin so bescheuert. War der nicht? Wer weiß. Who cares? Gut. Letzte Runde. Okay, 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 okay. Wirklich. Letzte Runde. Fünf mal okay. Fünf der Kampf. Schicksal. 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 Und wir haben auch einen Anwesungsleiter auch in unserem Team. Wer hätte das gedacht? Schicksal. Schicksal. Versteh, jetzt er... So, gehen wir weg, wenn wir mal noch. Alter, hat mit der Yunus ein gutes Bissen eigentlich. Das geht schon. Dann kannst du nicht mehr, wie es geht. Ich meine, ich meine. Nein? Okay, ich bin schon nicht. Du bist auch weg. Okay, 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 okay. Du bist jetzt wirklich weg. So, diesmal ist das Team ein bisschen eliminiert. Und ich denke, das ist besser. Ich bleib. Gott, wie konnte ich das noch so leben? Was ist überhaupt? Natürlich. Natürlich. Natürlich, wenn ich mich nicht mehr glaube. Oh, dann schärfe ich, ja. Oh, ich glaube, dass jetzt keine Hygiene da sind. Okay. Gucken wir, die sind. Natürlich, wenn ich Distanz gehe, wieder auf Distanz. du kannst zu sehen. Danke doch. Komm schon, auch kaum. Dieser Reigung, der hätte gut sein können. Da war noch jemand. Gas-Dance-Sniper. Geht doch. Woa! das war der johannes das ist ein bisschen der falle Wow. Okay, da kommt jetzt einer. Wow, der war nice. Aber das war auch viel zu Whisky. Da hat noch Heuboi rausgepackt. Oh, dann ist es auch erst mal begangen. Oder nicht? Wir haben verloren, das ist die Tatsache. Da weiß ich euch, dass ihr einen angenehmen Tag noch habt. Alter, das ist wirklich sauspät aufgenommen. Aber ich weiß, was die gesagt haben, das ist mein Schwester und haben uns jetzt mal gesehen. Ich bin zufrieden mit meinem KD und damit verabschiede ich mich. Bis bald, ihr Skiddos. Euer L79-Orderisch-Gamer. Ciao, ciao. Und bis letztendlich. Bis dir nichts rauskommt.